yo leute herzlich willkommen zu den oscar von youtube und herzlich willkommen zu einem test video ich war unterwegs und habe die schokolade von mr beast entdeckt und zwar haben wir einmal die mit mandeln und einmal mit dem knusperreis schokolade und zuerst habe ich einmal die mit den mandeln dann mache ich die auch mal auf so sieht die aus und dann würde ich sagen teste ich die jetzt mal sehr lecker die mandelschokolade ist auch nicht zu süß sondern sehr lecker als nächstes habe ich eine schokolade mit knusperreis so sieht die dann aus so einmal und so von hinten aber ich sagen wieder den geruchstest ich darf hier fall sehr lecker so gucken wie jetzt so schmeckt auch sehr lecker auch sehr gut noch nicht zu süß die knusperreis schokolade hat mir auch sehr gut geschmeckt und ich finde auch weil die schokoladen sind nicht so süß sondern sehr gut falls ihr ja schon mal probiert habe schreibt mir gerne mal ruhig eure meinung unten in die kommentare welche ihr besser findet wenn euch das video auf jeden fall gefallen hat lasst gerne mal ein like da vergesst nicht meinen kanal zu abonnieren und die glocke zu aktivieren und dann würde ich mich freuen wenn wir uns beim nächsten mal wieder sehen und wenn ihr noch weitere vorschläge habt was ich mal für videos machen könnte schreibt mir ruhig ebenfalls unten in die kommentare bis dann denn ihr von ihnen tv tschau